Der Fünfte, der letzte Lauf über 300 Meter, der Braun. Hier Juliana Ringhofer, die hat heute schon tolle Rennen gezeigt. Die Rennen geht in die Hausruhe. Die fliegt den Zettel voraus. Nach 200 Meter hat die Lies und Bruch kommt auch die vier Verfolgerinnen. Die läuft das Rennen praktisch allein. Heute geht es in die Lied. Die Leute, die reichen 29. Lieder, fünf, sieben, 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 sieben. Er wird so verblieben sein mit dem Lied. Zumindest hat es auch, dass es auch...